Mit der im eigenen Haus entwickelten Formschauminstallation ist es uns möglich, Rehabilitationssysteme, Rückenlehnen und Zubehörteile schnell und effizient zu produzieren. Mithilfe einer umfangreichen Matrizenauswahl kann Pro Seating verschiedene Modelle und Größen komplexer Form aus Schaum herstellen. Dieser elastische und nachhaltige Formschaum bildet die Füllung der Pro Seating Produkte. Indem Menge und Mischverhältnis angepasst werden, kann die Schaumherde bestimmt werden. Daneben besteht die Möglichkeit eine Holz- oder Metalleinlage im Formschaum einzuarbeiten. Wir verwenden ausschließlich Materialien der höchsten Qualität für unsere Sitz- und Rückensysteme, sodass eine lange Lebensdauer garantiert ist. Unsere ausgiebige Kenntnis in Bezug auf Formschaum bietet Ihnen die Garantie auf ein hochwertiges, flexibles und komfortables Produkt, das je nach Kundenspezifikation modifiziert werden kann.